Wir haben jetzt hier das Blünenprogramm unterbrochen, wir verlangen kein Honorar dafür, aber wir verlangen, dass wir gehört werden und nicht nur angehört, sondern auch beachtet und dass das, was wir sagen, ins Gesetz verlangen wird oder dieses Gesetz gar nicht erst kommt. Nachdem wir mal in Zukunft, dass alle Leute werden, dass diese als Einzelner Lehrer, die die Menschen haben, die ihre Schüsse noch erwarten, nur Leute zum Meiner, sie sind nicht mehr zu Hause. Früher war das noch möglich, dass man mit den Jugendlichen, die man zu lang ist, zu Hause, in Einzelheimen hat man. Das war jetzt verbunden. Wir arbeiten nicht für die Heim-Mafia, sondern wir wollen zu Hause leben, wo wir in der anderen Zeit entscheiden. Ich bin die Heim-Mafia, weil wir zwei Vortrag haben, sondern wir, als Menschen, müssen wir ohne Behinderung. Wir wollen ein öffentliches Land, den wir in der Welt brauchen. Wir wollen, dass man den Kopf nicht zuhört. Wir gehen auch gerne mit der Politik vor. Leider sind die Dialogbereiche auf drei Seiten. Seid ihr die Kinder haben, machen sie uns. Das ganze Haus ist voll von Mitarbeitern und dem müssen wir selber drauf haben. Aber er braucht sich nicht, denn wir müssen uns verletzen. Toll! Nicht meine Güte! Nicht meine Güte! Nicht meine Güte! Ich wollte Ihnen aber gerne weiter unter den Mund geben. Wir haben die Kinderwarten auf die Maus, die Kinderwarten auf die Maus. Wir wollen uns auf den Kommiss ein, denn Sie kriegen noch fünf Minuten, machen wir uns nicht mehr, dass wir die Maus kommen. Und die Maus trotzdem. Denken Sie bitte daran, dass es ein Büroprogramm auch gibt, auch dass die Kinder gewartet haben und mit denen wir gesprochen haben wollen. Wie gesagt, es gibt ein ganzes Buch. Die Kinderwarten haben wir offiziell mitgeteilt gekriegt, dass ein vorgefertigtes Büroprogramm richtiger ist als unsere Freiheit. Voll! Das darf nicht sein. Liebe Kinder, es tut uns leid, aber die Maus muss warten. Die Maus wird sicherlich doch kommen, aber die Maus muss warten. Es geht um unsere Freiheit, es geht um Eure aller Freiheit. Denn jeder kann in die Situation kommen, die Zeit für Schmerzen werden. Das wäre aber niemand. Toll! Wir fordern einen Ansprechpartner, wir fordern einen Ansprechpartner, und nicht das Zweige hinter der Moderation verspätzt wird. Wir fordern einen Ansprechpartner vom Haus, je höher und desto besser. Sehr was zu sagen. Bitte, so ein Pressraum, eine Diskussion. Das ist der Pressenkönigverhältnis, kann man das immer noch mal sagen. Richtig. Und 30.30 Pressenkönigverhältnis. Der schafft, einfach hingehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so viel, aber auch noch nicht so viel. Liebe Leute, die Luft von Frank, Frank, Raul und von mir geht langsam zu Ende. Wir können nicht mehr. Lasst uns momentan eine Pause machen. Wer dann zur Pressekonferenz kann, müll hingehen und dort sagen, was wir wollen. Und nicht, dass wir uns erzählen lassen, was der Minister will. Der will nämlich gegen uns. Und wir wollen für die Menschen arbeiten. Darum geht es. Lasst uns das gemeinsam machen. Mit der Kraft, die wir haben. Wenn wir viele sind, schaffen wir es auch.